Extreme Hitze, Trockenheit und Wasserknappheit. Dieses Jahr leidet die Olivenölproduktion in Italien. Im Süden Italiens, in der Region Apulien, werden normalerweise 50% des italienischen Olivenöls produziert. Aber die Dürre merkt man hier besonders stark. Pietroleone leitet einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Provinz Forgia. Rund 100 Hektar Olivenbäume wachsen hier. Die geringen Niederschläge haben die Olivenproduktion stark beeinträchtigt. Die Ernte im kommenden November wird voraussichtlich schlechter als im Vorjahr ausfallen. Dieses Jahr als Produktion ist es scherz. Es ist sehr, sehr, sehr weniger als das letzte Jahr. Wir hatten den Stress, den wir vor ein paar Jahren hatten. Und dann hatten wir zwei Tage, die in der Fioritur hatten, die ein paar Viertel haben. Und dieses Jahr haben wir von 50 bis 80% weniger Produktion. Der Stausee von Carpaccio liegt der Stadt Forgia am nächsten. Er versorgt die gesamte Provinz mit Wasser. Für die Industrie, Bewässerung und auch Trinkwasser. Das Wasser kommt aus einem Bach, der das Regenwasser in den Stausee leitet. Heute ist dieser Stausee praktisch leer. Er enthält nur noch 2,5 Millionen Kubikmeter Wasser. Normal sind 17 Millionen Kubikmeter. Das wenige Wasser, was noch drin ist, stammt aus dem vergangenen Winter. Auch die anderen drei Stauseen in der Provinz Forgia sind nur noch zu 50% gefüllt. Wir haben, anziché 300 milioni di metri cubi disponibili nei quattro invasi, la metà, 150 milioni di metri cubi appena. Per cui abbiamo fatto mezza stagione irrigua nel comprensor irriguo und dann haben wir uns gehalten, um 9 Monate der Autonomie auf dem potable. Die Zahlen und die Prozent sind beeindruckend, aber sie werden schockierend, wenn sie in imaginen werden. Die Bäume und die Tiere haben die Wasser geöffnet. Hier können wir konkret sehen, was der Termin ist. Der niedrige Wasserstand dieses künstlichen Stausees mag ein Vorteil für die Kühe sein, die eine neue Fläche zum Grasen haben. Aber für Olivenbäume ist das wenige Wasser sehr gefährlich. Die Olivenbäume benötigen zwar weniger Wasser als andere Pflanzen, Temperaturen von über 40 Grad Celsius über 50 Tage lang gefährden allerdings die Oliven und damit auch die Produktion des kostbaren Olivenöls. Luca Palamara per Aeronews, Forgia.